Der Weg in modernem Fußball zu scoren ist alles über die Bewegung, alles über den Platz. Dann in einer Sekunde kann vieles passieren. Man muss versuchen, die Hälfte zu machen, wo man die Mittelfeldung oder die Strikern sieht. Im Spiel kommt es vor, dass es 90 Minuten 0-0 steht und dann hast du halt eine Sekunde Zeit, oder eine Situation Zeit, um das Spiel zu drehen. Wenn man ein Team sehr gut und sehr tief tut, muss man aus der Box schießen. Kurz vor dem Torschuss ist es extrem wichtig, dass du fokussiert bist. Es ist immer wichtig zu haben, dass du sie auf die Strikern konzentrieren kannst. Das extra Quäntchen Power kann in der Situation sehr wichtig sein und es ist extrem entscheidend. Dein Geist ist nur fokussiert auf dem Spiel zu scoren. Es geht sehr schnell. Du kommst da eigentlich gar nicht mehr richtig mit, sondern du schaust einfach nur dem Ball nach. Wenn du den Ball schießt, dann wirst du immer, bevor du nachschauen, um zu sehen, wo es geht. Du hast das Gefühl, ob du es gut schießt oder nicht, und ob es ein Ball ist oder nicht. Du hörst dann natürlich auch die Fans schreien. Und das gibt dir dann einfach ein schönes Gefühl. Wenn ich schon von Weitem sehen, dass der Ball reingehen kann, die Atmosphäre im Stadion, das ist schon sehr einzigartig. Wenn der Ball die Backen des Netzwerks schießt und es ist ein wichtiges Ziel. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Man will einfach mit nichts tauschen. Man fühlt sich so gut im Moment. Man ist so frei. Man könnte Bäume ausreißen und das gibt ein gutes Gefühl.